Und ich bin auch überzeugt, dass ein Verein, wo es einen Strich gibt, nicht sehr viele Erfolge haben wird. Ich glaube darum und sehr gut, man braucht eine Erneuerung, aber wir müssen sie gemeinsam entwickeln und wir müssen gemeinsam entscheiden und schauen, wenn der richtige Zeitpunkt dafür ist. Es gibt im Rheinland-Wald für unsere Situation ein sehr schönes Motto. Wir ehren das Alte und grüssen das Neue. Und ich glaube, das sollten wir gemeinsam tun.